und das sind wir wieder crisis 3 multiplayer die sind beide schön die sind beide schön ich bin aber eigentlich dafür für museum was da müsste auch die sind wir noch dabei freut mich sonst wie gesagt kenne ich jetzt so auf ein lieb keinen namen so naja flughafen ist auch in ordnung da kann ich mich auch mit deinen freunden es ist zumindest kein williamsburg um die map bin ich ja noch bis dato gut rumgekommen dann schauen was sache ist würde mich auch mal interessieren was spielt ihr denn sonst noch so viel spiel als jetzt zum beispiel auch multiplayer shooter oder so was ist denn da noch so aktuell beziehungsweise was hofft ihr was bald rauskommt vielleicht worauf freut ihr euch und so weiter und so fort schreibt das mal die kommentare das würde mich sehr interessieren ist ja für mich auch immer so eine kleine übersicht ja ist er wieder einer gegnerischen team jawohl hey hast du mich geschossen ich mag den schon mal jetzt so ein erledigt wo sind ja dann das war doch eigentlich relativ gut auf den kopf gezielt ja ich liebe die feine nach wie vor ok und das ist dann der nachteil im nahkampf ist man mit der doch etwas schwachbrüstig wegen der geringen schussfolge ich hab hier wärmesignatoren an den unterirdischen rohren jetzt wollen sie schon wieder wen kicken was für ein schuss ja so meiner so wo ist denn hier die große party ich habe ihn nicht gesehen ich habe ihn nicht gesehen hat er gut gemacht sich anschleichen vor nein über den schädel gehen super aktion ja komm 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 wo bleibst du denn das landungsschiff setzt einen pinger ab die zuerst zuerst vor Ort seid pinger 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 meine ich hab ihn so da hinten kommen sie doch schon so da wollen wir eben mal so ein bisschen durch die gegend laufen da ist er doch jawohl na schauen was ich mit dem ding mal raus holen kann ich hab das da echt auch nicht oft bedient so jetzt wäre noch irgendwie so das radar ganz schön und hilfreich damit ich wüsste von wo sie ankommen ich glaub da oben hab ich da ich hab ihn doch gesehen jawoll da kommt er da auch ja super woher seid ihr denn am anderen naja oh und weg ist ja irgendwie macht das gerade auch mal spaß so dort schießen sie wie wild da kommt da bin ich durch da bin ich durchgehend ich bin da mit dem ding einfach und zu ungeübt hat spaß gemacht wie geil war das denn aber ein paar treffer gemacht ob ich es noch schaffe mal ein paar doch text einzusammeln ich habe das inzwischen alle weg ich wollte doch nicht runter ich will hoch wo sind sie denn wo sind sie denn irgendwo da unten schießen sie so der finger ist auf jeden fall hin ja genau so was wollte ich doch haben die wieder weiß wonach ich jagen muss so da hinten so den haben auch mal wieder erwischt so wenig energie ist zu langsam reagiert zu langsam aber schön gemacht es kann mal zwei so egal weiter geht weiter geht's so da komm ist dort die du versuchst das doch hundertprozentig noch mal das macht spaß es macht spaß so soll es doch sein so hoch hier wir gehen mal auf tita tonung gucken was uns so vor die flinte läuft mal gucken da mal gucken hier ist niemand mehr gut da ist aber einer ja da trinke ich doch erst mal einen schluck da hat er sich gerecht nicht gut wenn sie uns auf dem radar das müssen wir auch wieder hinkriegen hallo ich hasse es war wieder schon mal wenigstens haben wir das lauscht doch mal gut sein das nervt doch recht nicht ne wo steht er denn ähm irgendwo hier soll er stehen egal such lieber bewegliche ziele da hinten ist was ich will noch wickeln wo seid ihr kommt her meine lemmelein ich will euch schlachten so so nein jetzt nachladen genau in dem moment muss ich nachladen nein es waren ein paar zu viel ah egal komm 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 vielleicht ja wir haben noch ein bisschen Zeit das könnte noch mal in naja ein assist haben wir nochmal gekriegt wiii schöne runde sie haben gewonnen sehr gut ja und verdient gewonnen genau gedient verwonnen ja 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 ha 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 lalalala ich war punktemäßig ein klitzekleines bisschen besser als Mr.Otti ja auch über diese erfolge freue ich mich hat auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht ja vielen dank fürs einschalten ich hoffe es hat euch auch gefallen gontinent bouut und dann bis zur nächsten folge cSt3 Multif Воажд tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüQu